hallo leute und hallo Rhinoba ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen ok spaß beiseite ich bin DonF204 und in diesem video würde ich gerne eure hilfe mal in anspruch nehmen mehr oder weniger wie könnt ihr mir helfen ich habe ein Plugin geplant für Rhinoba RCS ich denke mein er ich weiß es nicht männlich ok ein er Entschuldigung der Herr Rhinoba hatte sich ein Plugin gewünscht der Link zu diesem Forum wird definitiv in der Videobeschreibung sein also zu dem Beitrag hier könnt ihr euch das ganze noch mal durchlesen ich werde es grob erklären es geht um ein um ein Plugin mit dem man Fotos im Spiel machen kann also quasi Screenshots mehr oder weniger und dann mithilfe dieser Screenshots dann Quests erfüllen kann und ich bin schon relativ weit jetzt also relativ ich brauche dafür auf jeden Fall noch wahrscheinlich die ganze Woche ich habe jetzt auch heute keine Lust mehr daran zu arbeiten ich habe gestern schon relativ viel daran gearbeitet ich kann euch das kurz zeigen demonstrieren wie weit ich bin und ich würde gerne wissen was würdet ihr noch einbauen was muss definitiv noch rein und ich werde euch dann noch mal erklären was ich da noch auf jeden fall noch ändern werde und auf jeden fall noch einbauen werde aber gucken wir uns das ganze erst mal an als erstes habe ich erstmal ein Item erstellt ein Schlüssel-Item Kamera aber wie ihr das ganze handhabt spielt keine Rolle das zeige ich dann später dann ihr müsst das nicht über ein Item lösen so dann habe ich das Schlüssel-Item Kamera und kann jetzt fotografieren oder die Bilder betrachten wenn ich die Bilder betrachte ich habe jetzt keine Bilder so sieht das Menü derzeit aus mit 25 Bildern also 5x5 die man abspeichern kann das sollte eigentlich reichen zumal die relativ groß sind von der Datei her am Ende aber es sollte eigentlich reichen denke ich mal wenn ihr jetzt unbedingt meint ne 25 das reicht nicht oder sollte zumindest eine Einstellungsmöglichkeit im Plugin geben auf jeden fall dass man noch mehr machen könnte ich finde persönlich wie gesagt 25 reichen auf jeden fall aber wenn ihr sagt nein das reicht nicht dann schreibt es bitte ins Forum nicht hier in die Kommentare auf YouTube aber ihr könnt auch in die Kommentare auf YouTube schreiben aber ich werde das Video hier löschen also es wäre mir lieber wenn ihr es ins Forum schreibt denn es ist auf jeden fall für die Nachwelt abgespeichert so ihr habt gesehen dass die Fotogalerie ist leer man könnte auch Fotogalerie schreiben oder Fotobuch oder so oder Fotoalbum ist egal und man kann jetzt auch auf jeden fall fotografieren so und dann kann ich das ganze betrachten und dann haben wir hier dieses tolle Foto das kann ich dann noch mal groß machen gut jetzt seht ihr jetzt keinen Unterschied ich kann immer woanders hinlaufen dann seht ihr dann auch einen Unterschied zu dem eigentlichen Bild betrachten so und dann seht ihr hier eindeutig dass das definitiv nicht dasselbe Bild ist nur ohne Menü gut also das ganze funktioniert schon dann kann ich auch das ganze abspeichern und so es hat kurz geleckt wie ihr gesehen habt beim speichern weil die Datei halt ein bisschen größer ist dauert das jetzt ein bisschen länger da muss ich mal gucken weil wenn man jedes mal alle Fotos abspeichert wenn man hier auf speichern drückt dauert das vielleicht sonst ein bisschen lange gerade bei 25 Fotos das hat jetzt hier bei einem Foto schon eine Sekunde Verzögerung gegeben bei 25 Fotos sind das 25 Sekunden nein das vielleicht nicht aber vielleicht halt dann doch 10 20 Sekunden und das ist dann doch heftig irgendwo gut das war jetzt vielleicht auch keine ganze Sekunde aber ihr versteht was ich meine dass man dann halt vielleicht doch zehn Sekunden Verzögerung hat wenn man auch die ganzen Fotos abspeichern will dann kommen noch ein Haufen Variablen und Switches hinzu gut gehen wir erstmal zum Titel oder machen wir komplett aus dann glaubt ihr mir auf jeden Fall dass es abgespeichert ist so haben wir das Spiel komplett ausgemacht ich kann hier auf neues Spiel gehen dann seht ihr dass das Fotoalbum leer ist so ja dass man die Fotos vielleicht nur abspeichert wenn man sie macht und nicht jedes mal abspeichert ist eigentlich eine gute Idee also das nicht jedes mal wenn ich auf speichern gehe dass dann die Fotos mit abgespeichert werden nicht jedes mal so ihr habt gesehen die Galerie war leer aber wenn ich auf fortsetzen gehe dann lädt er und dann Schlüsselgegenstand Kamera betrachten und dann haben wir hier das Bild so wie ihr seht das ganze funktioniert schon soweit und ich kann natürlich auch weitere Bilder machen natürlich fotografieren man könnte auch auf eine Schnelltaste legen jetzt zum Beispiel F wie fotografieren dann müsste ich ja noch mal gucken wie ich das ganze dann zurecht friemle so und dann haben wir hier ein paar Bilder in der Galerie ich hoffe dass das jetzt funktioniert sonst muss ich das auch noch ja es funktioniert alles klar hier kann ich mir alle angucken alles klar gut ich kann auch noch mal eins machen wenn ihr wollt ich bin offen dafür also das müsste eigentlich funktionieren so ja alles klar gut ihr seht das funktioniert soweit mit dem fotografieren als nächstes würde ich dann noch einstellen dass das die Events erkannt werden die man fotografiert hat weil das war auch Teil des Wunsches hier von Renova sollte eigentlich kein Problem sein die dass die Events erkannt werden und sobald ich das dann komplett fertig habe das Plugin mache ich dann ein Tutorial dazu und dann könnt ihr das alle runterladen und benutzen wie gesagt wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder irgendwas dann bitte vor Release damit ich das noch einbauen kann rechtzeitig weil sonst wird das vielleicht ein bisschen eng und das Video hier werde ich dann mit dem Release Video zusammen dann wieder löschen also das heißt wenn das Release Video kommt lösche ich das Video hier das könnte dann irgendwann vielleicht nächste Woche sein ich weiß es nicht ich habe gar keinen Zeitplan weil ich nicht weiß wie ich mit dem Plugin vorankommen werde gut das war es soweit von mir ich habe grob gezeigt was es kann und schreibt einfach alles Mögliche ins Forum am besten wie gesagt ich werde hier den Beitrag definitiv teilen in der Videobeschreibung wird der Link sein und dann schreibt es bitte hier ins Forum dann ist es auch für die Nachwelt auch abgespeichert und die anderen können auch mitdiskutieren aber ihr könnt auch gut und gerne in die Kommentare hier unten schreiben aber dann wird es halt gelöscht irgendwann wie gesagt oder ich stelle es auch privat nur für mich oder so mal gucken gut das war es wie gesagt soweit von mir Tschüssli